Das Mercedes-Benz Bremssystem. Die Bremse ist ein wichtiges System, Sicherheitssystem im Fahrzeug. Die Entwicklung eines neuen Bremssystems dauert vier Jahre. In dieser Zeit wird es gründlich im realen Fahrbetrieb getestet, um die optimale Funktionalität sicherzustellen. Mercedes-Benz Bremsen erhöhen außerdem die Sicherheit der Fahrzeuginsassen. Denn im Fall der Fälle zählt jeder Millimeter. Mercedes-Benz Originalteile – Teil Ihres Erfolgs. Mercedes-Benz Vans – Born to Run